Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zur zweiten Folge Entschrouded. Und wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen da vor dem Lager aufgehört, wo wir jetzt kämpfen sollten und so. Und da bin ich auch aus dem Game rausgegangen. Jetzt bin ich wieder reingegangen und komme tatsächlich immer an der Flamme wieder raus. Das heißt, wir müssen da nochmal hinlaufen, aber das ist auch ganz gut so, denn wir hatten ja auch Probleme mit unserem Inventar. Der Inventar war zu voll und ich werde hier gleich erstmal ein kleines Lager bauen, je nachdem, ob das die Ressourcen, die ich habe, erlauben. Und ja, dann können wir ja nochmal dahin gehen und damit, let's go! So, wieder komplett durcheinander mit den Commands von Mad Eagle und dem hier. Wir können uns die Lumpen herstellen. Wir brauchen nur Garn. So, können wir uns jetzt... Oh ja! Geil, noch nie habe ich mich über Lumpen gefreut. Character und dann hier... Geil, eine schöne, eine schöne kleine Bluse. Stauraum. Wir brauchen auf jeden Fall Garn für die winzige Truhe. Ähm... Ja, dann stellen wir mal noch zweimal Garn her. Ja, wir brauchen dreimal Garn. Okay, alles klar. Ich gucke mal, ob wieder was gewachsen ist hier. Ob wir wieder was looten dürfen. Dann passt sich ganz gut aus. Kein Slot im Rucksack verfügbar. Lol. Alles klar. Wir brauchen... Wir brauchen eine Truhe, um was loszuwerden und haben aber nichts mehr frei. Das ist ja schön. Kann ich das irgendwie rauswerfen? Aber kann ich das irgendwie... Abwerfen? Kann es nur löschen. Ich lösche jetzt mal die Erde hier. Also, vielleicht geht das auch und ich bin gerade zu dumm, das zu sehen. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht herausgefunden. Okay, jetzt können wir eine Truhe platzieren. Mache ich mal hier gleich neben die Werkbank. Und in die Truhe tun wir jetzt erstmal... Die ganzen Baumaterialien rein, die wir haben. Kann ich jetzt noch eine Truhe erstellen? Ja. Noch zwei. Okay, gut, gut, gut. So. Was tun wir hier rein? Ich würde sagen, so... Sachen, die wir noch nicht verarbeitet haben. Oder... Ich habe so viele Fackeln. Ich würde erstmal Fackeln rein. Eine behalte ich mal. Oh, stimmt. Ich habe auch eine Keule gecraftet. Ja. Die tue ich da auch erstmal rein. Wir kämpfen mit dem Bogen. Fellfetzen, Harz. Irgendwie all das, was wir jetzt erstmal nicht brauchen. Ich gucke gleich mal. Greift er auf das Lager zu? Das wäre natürlich geil. Greift er nicht. Schachter. Das wäre cool, wie in Palworld, ne? Also, falls ihr das schon mal gespielt habt. Da greift er im Prinzip auf das ganze Lager zu. Das wäre ja eigentlich eine ganz einfache Thematik. Wir haben ja dieses Feuer. Und da, in dem Radius können wir nur bauen. Und in dem Radius, wie das Feuer ist, könnt ihr ja theoretisch auch auf alle Ressourcen zugreifen. Aber macht er nicht. Naja. Egal. So, jetzt haben wir erstmal unser ganzes Zeug hier reingerufen. Können wir irgendwie sortieren? Inventar sortieren. Tee. Schön. Können wir. Wir haben echt viele lila Beeren, ne? Dann mache ich mal hier drüben in die dritte Kiste nochmal ein paar Sachen, die wir essen können. Stein. Feuerstein. Ne. Ja. Die Elixiere packe ich mal rein. So. Und dann gehen wir nochmal in der Quest. Nochmal dahin, wo wir hin sollen. Ähm. Achso, dieses Essen kann ich hier natürlich in die untere Reihe reinziehen. Und dann könnte ich, wenn ich hier Alt drücke, mir erstmal was zu essen reinpfeifen. Top. Okay. Bogen ausgerüstet und los geht's. Oh, da ist ein Wolf. Oh, den hätte ich fast nicht gesehen, aber der stuck da oben fest. Nice. Nehmen wir erstmal alles mit. War es gut zu wissen, dass hier ein Wolfsborn ist. Äh. Nicht, dass wir irgendwie mal nachts hier was suchen, ressourcentechnisch. Und dann überfällt uns der Wolf. Und cool. Miasma-Flüssigkeit. Warte mal, können wir das Ding hier abbauen? Ja. Miasma-Flüssigkeit. Dachte, ich finde so ein Holz. Aber ist das vielleicht der hier? Ja, bestimmt. Miasma-Holz. Sehr schön. Was kriegen wir hier raus? Alles testen. Alles testen. Jetzt haben wir noch Zeit. Auch diese Miasma-Flüssigkeit, ne? Ja. Okay. Nehmen wir wieder den Gegner. So wie es aussieht, können wir wieder alles looten hier. Was wir vorhin auch schon gelooten. Warte mal. Habe ich diesen Ring nicht schon? Ja. Und jetzt habe ich den nochmal. Ja, easy. Dann nehme ich den zweimal. Oh, wir haben hier ein rostiges Coach-Schwert. Und wieder Runen. Ich weiß nicht, was man mit Runen macht. Aber wir nehmen sie mit. Was ist das? Salz. Ah ja. Also es gibt echt viele Ressourcen in dem Game. Dann ist bestimmt wieder der Gegner hier, ne? Oder? Nö. Doch, da oben. Einmal habe ich es geschafft, ihm auszuweichen. Oh, hier sind Fallen. Aha, interessant. Aber ich gehe erstmal in die andere Richtung. Da, wo wir lang sollen. Der Quest nach... Obwohl, hier gibt es noch was zu looten. Garn. Easy. Und hier müssten jetzt Gegner auf uns warten. Ich sehe bis jetzt nur ein. Da sind zwei. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wir müssen ein bisschen dodgen. Oh. Jetzt sind ja auch noch Bienen. Will die mit einer Fackel besiegen können die Bienen? Äh. Ja, können wir. Puh. Okay. Das war intens. Etwas zu doll. Aber wir haben es ja gemeistert. Und so viel Leben haben wir nicht verloren. Wusche können dich verbergen, wenn du dich in ihnen befindest. Drücke C. Ah. Also so ein bisschen wie ein Assassin's Creed. Nice. Gibt es hier oben noch was? Bestimmt. Gibt es hier überall was? Ah, ja. Explosive Schwarzpulverkugel. Nice. Oh, ist das ein typisches, äh, Explosionsfass? Ja, sehr gut. Schön. Also sowas gibt es ja auch. Diese obligatorischen, äh, roten Fässer in den Games sind immer die, die explodieren. Wenn man draufschießt. Egal mit was man draufschießt. Also man kann auch einfach nur mit einem normalen Holzfall draufschießen. Habt ihr eben gesehen. Also wenn man die anvisiert hat, da wieder rauszukommen, um zu entkommen, ist gar nicht so einfach. Man muss immer wieder Tab drücken. Easy. Okay. Meine Pfeile sind bald alle. Aber hier sollen wir von der Quest aus hin, ne? Ja. Und, und das hier wahrscheinlich aufmachen. Überleben und aufhecken. Oswald anders. Okay. Rezept freigeschaltet. Beschwörungsstab. Hey. Beschwöre den Überlebenden. Hellbrustpanzer. 16 mehr. Plus 16 mehr. Und der Schmied. Aha. Ist das ein Schmied, den wir jetzt da gefunden haben? Ach, ich kann mit der Schnellreise nach Hause zurückkehren. Aber wo ist mein Zuhause? Da. Ui. Ja, schön. Wir sollen mit der Flamme kommunizieren. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Also den Beschwörungsstab oder den Menschen? Okay. Beschwörungsstab. Dann stellen wir ihn doch mal her. Das gute Stück. Jetzt können wir Oswald anders, der Schmied. Aha. Dann können wir jetzt irgendwo positionieren. Ich stelle ihn einfach mal hier in die Ecke. Finde den schlafenden, überlebenden Quest abgeschlossen. Okay. Herstellen der ersten Ausrüstung. Du hast lange genug gebraucht, um mich zu finden. Sieh dich an, schwach und mickrig. Und man nennt dich Flammblut. Du brauchst eine ordentliche Waffe. Gut, dass du mich zuerst geweckt hast. Ein derbes Schwert oder eine Stachelkeule herzustellen, wäre ein guter Anfang. Ah ja. Was kann der denn alles herstellen? Erstmal eine Schmiede. Braucht man sehr viel Metallschrott für. Kohle-Brenn-Ofen. Erzeugt aus dem Holz verschiedene Kohle-Gegenstände. Okay, ja. Schmiede. Nägel. Holzfäller-Exter. Achso, das sind jetzt die ersten aus Metallschrott. Versteher. Dietrich. Einhändige Waffe. Stachelkeule. Sterbesschwert. Pellrüstungsset. Oh ja. Da sehe ich mich. Machen wir aber noch ein bisschen tierisches Stuff-Zeug. So, du hast deinesgleichen geweckt. Die Flamme ist zufrieden. Suche in den Hochweiden nach mehr schlafenden Überlebenden. Okay. Nächste Quest ist gleich aktiv. Schön. Ja. Na dann farm ich jetzt erstmal ein paar Tiere, damit wir uns eine bessere Ausrüstung bauen können, oder? Ich habe nur noch zwei Feuersteinpfeile. Das ist nicht so gut. Ich muss mir neue Pfeile herstellen. Aber ich habe die Ziege erlegt. Genau. Zwei Tierfell. Das brauchte ich. Das ist glaube ich das jetzt, was ich für die Brust, für die Fellbrust brauche. Das ist aber auch Glühwürmchenlampe. Bei Werkbank. Glühwürmchen gefunden. Okay. Aber unsere Facke hier ist ja auch hell genug. So. Erstmal das. Und dann können wir den Rest schon mal nicht herstellen, weil wir Garn brauchen. Toll. Können unsere Ausrüstung auch verbessern. Verstehe. Den Kopf müssen wir noch herstellen. Die Hose. Da brauchen wir wieder Garn für. Und die Schuhe. Okay, jetzt haben wir alles. Wenn wir jetzt auf Charakter gehen, können wir uns hier neu umziehen. Schön. Sehe ich behindert aus. Ich meine nicht behindert, ich meine bescheuert. So. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht sagen. Manchmal rutscht einem das noch raus, ne? Schmiede eine Waffe. Okay, das ist jetzt eine Quest, die wir haben. Verstehe. Nägel brauchen wir für die eine und Holzschalter. Und hier brauchen wir Metallschrott. Haben wir noch Metallschrott in der Kiste? Ja, einmal. Aber das müsste, glaube ich, reichen. Holzschalter und Nägel. Ah, für Nägel brauchen wir wieder Metallschrott. Ja. Verstehe. Dann können wir nur die hier machen. Aber dafür brauchen wir vier Nägel. Jetzt brauchen wir Holzschalter. Wenn ich jetzt schlafe, müsste doch gleich wieder morgens sein, oder? Also eben gerade hat ein Hahn gegräht. Ja, wir haben die Nacht übersprungen. Schön. War es, glaube ich, auch sinnvoll, dass wir vielleicht Metallschrott eine Schmiede haben. Eine Schmiede. Da brauchen wir halt sehr viel Metallschrott. Aber ich mache erst mal die eine Nägelwaffe auf. Ich habe keine Munition, ne? Für den Stab. Aber wie? Hä? Wie kriege ich denn Munition für den Stab? Ist halt noch ein bisschen undurchsichtig, finde ich. Wie mache ich... Falls einer... Also, falls einer schon soweit ist und kann mir das in den Kommentaren schreiben, dann schreibt mir das bitte. Läuternes Feuer. Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Mirasma setzt den Tälern zu. Also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Exilbrunn und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammspross. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über den Kopf und etwas Fleisch im Magen bereitet dich auf alles vor. Gleiter. Die Flamme verleiht dir keine Flügel. Kind, stell den Gleiter in der Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleiters auch Sauberpunkte kostet. Ich glaube, du, Jungspund, hast das Zeug dazu. Wir haben echt viele Quests jetzt bekommen. Was brauche ich denn, um so einen Gleiter herzustellen? Gleiter. Und Greifhaken. Gleiter brauche ich. Miasmaholz, Tierfell, Garn und Miasmasporen. Was habe ich? Tierfell habe ich noch nicht. Muss erst mal ein paar Pfeile herstellen. Auch vielleicht der, äh, der kleine Zauberstab. Braucht er vielleicht, äh, keine Munition? Ja. Okay. Also damit kann ich jetzt erst mal hier krass Zauberer spielen. Ausgesetzt, ich treffe auch. Ich muss ja sehr nah ran, um da zu treffen. Oh, Wolf, 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 Wolf. Ja, ja, ja. Erwischt. Okay, krasser Magier am Start. Ist noch ein Wolf? Ich muss sehr nah ran. Es rennt in mein Haus. Was willst du denn da? Aber der Zauberstab gefällt mir schon mal. Auch wenn er eine beschissene Reichweite hat, ist der erst mal gut. Der ist erst mal gut. Gibt es hier einen Baum? Kann ich ja auch so Miasmaholz, äh, sammeln? Auf jeden Fall Gegner. Alter, drückt er ins Gesicht. Muss ein bisschen, äh, besser werden hier in den Fights. Das lässt alles noch zu wünschen übrig. Wie geht's abwärts? Wofür? Keine Gegner? Doch. Oh, mehr als genug Gegner. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Kommen die hoch? Oh, Lord, ich kann die auch playen. Nice. Hier noch mehr. Oh, ah, das war, das war, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ein bisschen Angst, aber mein, mein Zauberstab leuchtet schon. Toi, Holzpfeile gefunden. Jetzt, wo ich mit meinem Zauberstab unterwegs bin, finde ich Holzpfeile. Okay, ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Also, wenn ich schön spamme, krieg ich einen Wolf tot. Äh, wie sieht's eigentlich aus mit, haben wir schon wieder eine Stufe gemacht? Nee. Also, wir sammeln echt wenig Erfahrung grad. Schade, weil das Quest ist, oder das Quest-System, das Skill-System ja hier so geil ist. Ich hätte gern mal wieder Skill-Punkte. Aber ich muss mir, glaube ich, erst mal Verbände craften. Ist halt auch echt viel, was man hier einsammelt, ne? Also, hier kann man, äh, auch seine, seine Truhen schnell vollkriegen. An welchen Sachen können wir das hier irgendwie, das müssen wir löschen. Die, die einfache Kleidung, ne? Glühwürmchen. Und der Zauberstab, äh, ah, okay, ah, lol. Wenn wir an die Werkbank gehen, sind alle Gegenstände repariert. Das ist geil. Das ist ja nice. Bin ich Fan von. Okay, wir müssen irgendwo Metallschrott herkriegen. Ich gehe jetzt noch mal der Quest nach. Vielleicht, äh, kommen wir da unten noch mal an Metallschrott irgendwo ran. Und so ein Gleiter wäre halt auch nicht schlecht, ne? Wenn wir da unten einfach reingleiten, warte mal, ich versuche mal, vielleicht haben wir doch noch genug Zeug zum, zum Gleiter herstellen. Gleiter. Tierfell, Garn, Miasma-Sporen, Miasma-Holz. Sollten wir eigentlich alles haben. Miasma-Holz haben wir, glaube ich, im Inventar. Vier Stück. Aber fehlen uns wahrscheinlich noch welche. Äh, Miasma-Sporen. Tierfell, ne? Hatten wir gesagt. Gleiter. Was fehlt uns? Garn und Miasma-Holz. Ja. Okay, das müssen wir jetzt besorgen. Garn. Ich sammle wieder Büsche ein. Finden wir hier drin Holz? Ne. Da sind keine Bäume drin. Ist das hier Holz? Nope. Okay. Dann nicht. Vorne ist hier, hier ist wieder Holz. Das ist ein Gegner. Hier sind zwei Gegner. Läuft. Mit einem Zauberstab. Also haben wir jetzt das Holz eingesammelt? Ich glaube, ja. Okay. Ich denke mal, reicht erstmal. Also wir haben jetzt eine ganze Menge. Hier vorne ist noch ein Stab. Ich nehme noch den Stab, nehme ich noch mit und dann reicht es erstmal. Müssen wir auch wieder langsam raus aus dem Nebel hier. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt zu lange drin bleibt? Dann verliert man, glaube ich, dein Leben wahrscheinlich, oder? Dann geht es auf die Gesundheitsanzeige. Oder man wird verrückt. Kann auch sein. So. Wir stellen noch ein bisschen Garn her und können dann den Gleiter herstellen. Ja, sehr gut. Stell den Gleiter her. Gleich mal ein Achievement freigeschaltet. Den Greifhaken, da brauchen wir Metallschrott für. Und auch Garn. Aber ich würde erstmal den Greifer, das Teil hier auslusten. Sehr gut. Gleiter Stufe 5. Ja, sehr gut. Ich wusste, wie das funktioniert. So. Na dann, folgen wir mal der Quest. 100 Meter in diese Richtung. Ah ja. Steuert sich ein bisschen wie ein Flugzeug in so Games. Okay, hier haben wir einen kurzen Fleck, wo das Zeug nicht ist. Wenn wir nochmal gucken, ob das ein Point of Interest ist. Gibt es hier irgendwas zu looten vielleicht? Oder so? Nö. Einfach nur ein Punkt, wo das Zeug nicht ist. Verstehe. Hier falle ich aber tief. Falle ich aber sehr tief. Position erreicht. Was sollen wir hier machen? Tauche in den Elixierbrunnen ein. Also es ist gar nicht so einfach, mit diesem Gleiter umzugehen. Muss ich gestehen. Ah, okay. Hier können wir uns wieder die Zeit wiederholen. Verstehe. Oh. Digga. Er hat schon ziemlich ins Gesicht gedrückt. Muss ich gestehen. Hier können wir mit dem Greifhaken hoch. Verstehe. Oh mein Gott. Ah, ha, ha, ha. One Hit. Ich war One Hit. Okay. Mhm. Bin das erste Mal gestorben. Schön, oder? Äh, behalte ich mein ganzes Zeug? Nehm ein bisschen was, bleib da, ne? Hm. Das versuchen wir doch gleich nochmal. Aber hier sind halt schon Stufe 3 oder 4, ne? Da sagt er mir schon, äh, dass ich vielleicht gegen die gar keine Chance hab. Hier kann ich auch die Zeit wiederherstellen. Verstehe. Wir versuchen's nochmal. Hat der da oben wieder Full Life? Alter. Ja. Komm schon. Ich will dich besiegen. Ich brauch die Erfahrungspunkte. So. Einmal alles nehmen, bitte. Kann ich mir... Haben wir noch genug? Ich glaube, ja. Für Verbände. Irgendwer schießt schon wieder auf mich. Kann's doch nicht geben. Stell gleich nochmal Verbände her. Ah, mir stehen, mir fehlen Stoffritzen. Ich stehe. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Slow and steady. Sehr schön. Immer schön slow and steady bleiben, ne? Eine Minute haben wir noch. Wir müssen auf jeden Fall gleich zu so'ner... ...so'n Ding. Oh! Das sollte nicht passieren. Okay. Haben wir irgendwie noch andere Quests? Also, irgendwie muss ich ja... Äh... Hier haben wir schon alle erledigt. Säuber, den Elixierbrunnen. Belohnung. 150 XP. Ja, aber... Das ist jetzt die einzige Quest, die wir haben. Hm. Ja, ich geh mal noch schlafen. Hä? Jetzt hab ich mein Bett aufgehoben, oder was? Loi. Weil ich... Ah, weil ich eh gedrückt... ...gehalten hab. Oh mein Gott. Warum ist es immer noch Nacht? Jetzt ist es morgens. Okay. Elixierbrunnen. Ja. Biete eine Waffe. Können wir auch machen? Schmiede eine Waffe. Okay. Dann gehen wir erst mal dahin, oder? Hm. Weil ich muss ja jetzt erst mal leveln. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaub, ich muss erst mal ein bisschen erkunden hier. Und ein bisschen leveln. Eventuell. Ein paar Wölfe besiegen und so. Erst mal level 3 kommen. Erst mal skillen, dann wieder. Ach so, hier muss ich durch den Greifhaken darüber kommen. Den hab ich aber noch nicht. Müssen wir also unten durchs Miasma. Entschuldigung. Ein großer Nieser. Ich hab schon wieder so einen Ring bekommen. Wollt ihr mit den ganzen Ringen? Aber hier ist ein gegnerisches Lager. Wölfe level 3. Toll. Und ich hab gleich auch's Maul bekommen. Schön. Aber wir haben wieder, wir haben wieder Stoffhitzen. Aber mir fehlen die Mir fehlen die Fasern. Ah, ich hab's langsam raus. Weiß jetzt langsam, wie ich die Level 3 Gegner besiegen kann. Einfach wild auf die Leertaste spammen. Ah, okay. Alles klar. Man muss auch ein bisschen gucken, wohin man spammt. Aber mit dem Gleiter zusammen ist das schon eine gute Taktik. Ja, geht, geht, geht. Ich hätte nur ein bisschen mehr Erfahrung gern. Ein bisschen mehr hätte ich gern. So, den hab ich rausgelockt. Schön. Das dauert ja ewig, bis ich Level 3 bin. Ich glaub, für Quests kriegt man richtig viel EP, ne? Weiß nicht, ob ich hier schon hin sollte. Vielleicht bin ich auch zu beforscht dabei. Man sollte vielleicht erstmal ein anderes Gebiet aufsuchen. Da oben ist einer. Das ist, was ich, der wir schon Nolan hier. Beifers preis. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich glaube, ich hab's Das ist das. Ich glaube, ich bin ich auch Dann treffe ich den jetzt nicht mehr. Jetzt. Ja, okay. Schauen. Wow, oh mein Gott. Alter, Jumpscare-Moment des Tages. Krass. Der hat sich ja mal gar nicht geräuschlich angekündigt oder so. Uh. Das war, äh, close. Da ist noch einer. Geh mal außen rum. Da hinten ist noch einer. Okay, erledigt. Der da oben. Könnte auch easy sein. Okay, mein Zauberstab ist kaputt. Ich hab noch drei Holzpfeile. Vielleicht muss ich in den Nahkampf. Damit, was mach ich das jetzt? Ich hab halt keine Munition für den Zauberstab. Ich loot den erstmal hier. Hab ich, äh, noch irgendeine Waffe? Nee, ich muss mit der Axt dran. Oha. Oder ich, ich... Oder wir machen das beim nächsten Mal. Vielleicht geh ich auch einfach. Vielleicht geh ich auch einfach und nutze hier einfach mal die Schnellreise. Ja. War doch eine erfolgreiche Runde in Shrouded. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Follow, äh, oder ein Abo nennt sich das auf YouTube, Entschuldigung. Und, äh, schreibt eventuell einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und, äh, eine schöne Woche. Beziehungsweise Wochenende, je nachdem wann die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.